Ladies and Gentlemen, es gibt zwei Sachen. Zum einen, wir haben das Hercules DJ Learning Kit und den Newmark NS6-2 im letzten Stream nicht an den Gewinner gebracht. Bedeutet, die Gewinner haben sich nicht gemeldet. Was daraufhin wieder bedeutet, wir haben die Dinger neu zu verlosen. Deshalb werden DJ Olde und ich am Montag, den 18.05. um 21 Uhr auf YouTube einen Stream starten. Und in diesem Stream werden wir die beiden Geräte verlosen. Über 800 Euro sind im Pot und ihr könnt gewinnen. Aber nur, wenn ihr live dabei seid. DJ Olde und ich, Montag, 18.05. Livestream auf YouTube. Verlosung des Hercules DJ Learning Kit und des Newmark NS6-2. Preisenwert von über 800 Euro wieder im Stream mit DJ Olde. Kommt vorbei.